Ja, ja, also, ja, und das kohlen eher schon wieder. Ich glaube, dass es nicht so weit wäre. Ja, es ist halt wirklich weit, ja. Aber ich wollte ja immer schon mal hin, auch zu einem Treffen und eigentlich, ganz am Anfang, als es ganz neu im Forum war, dann hatten wir eigentlich auch mal gesagt, eigentlich müsste man das noch ein Treffen machen für alle, mitten in der Mitte in Deutschland. Ja, das ist für alle gleich weit. Und die, die in der Mitte wohnen, haben halt Glück.